wo bin ich denn jetzt schon wieder ich brauche essen sweet dreams are a beautiful nightmare wer ist da vorne ist du nicht gestorben du solltest dich mal sehen danke schätze welche gedanken zu den brigaden was nun man sieht sich danke für den hinweis ist es dass hier keiner meiner charaktere sein wird weil zoe die musik das höre ich öfter und was wenn erpresst du mich ja ja hier hier 10 Zehn Liter Unlit. Oh nein. Oh mein Gott, ja. Das ist nicht fair? Tune in later to hear more. Okay, was wollt ihr? Gib mir 15 Dollar Diesel. Diesel Fahrer, alles klar. Diesel, 15 Liter. Äh, ich hatte keine andere Wahl. Vielleicht solltest du gehen. Bordercrossers. Tyrek is right to do to you what he does. Oh, look who's pulling in. Yeah, you'd better run. Ah, Fanny. Hey, little young to pump gas, aren't you? Last off, son. Just give me 12 bucks of V-Power. Okay. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, nein. Warum sagst du das? Ah, ich bin niemand. Oh nein, Bits, ich will nicht festgenommen werden. Ich hab grad so viel Geld bei mir. Ich hab so viel Angst, um denken zu können. Was denke ich? Ja, will ich. Ich glaub schon. Bitte versteck dich gut. Bitte hör auf zu atmen. Oh Gott, bitte. Nein! Nein! Oh nein, 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 Bits. Ich muss doch irgendwas machen. Ich hab den einen schon sterben lassen. Lass den gehen. Ich kann das nicht sagen. Was ist mit mir? Reden Sie nicht so mit mir. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Bullenschwein! Reden Sie nicht so mit mir. Ah, ich... Was? Nein! Nein, das können sie nicht tun. Aber ich hab ihnen vertraut. Das können sie nicht machen, aber ich hab ihnen vertraut. Shut up, kid! Ha, ha! Ich glaub, sie lässt uns raus. Was ist los? Was ist los? Vielen Dank. Das war er auch. Ich... Ich glaube auch. Es scheint, wie du mir etwas fragen willst. Das will ich in der Tat. Was denkst du über die... Proteste? Genau, Proteste. Glaubst du, die Brigaden sind Terroristen? Sie sind nicht beurteilen, wenn es violent wird. Ich verstehe, was sie meinen. Ich selbst bin eher jemand, der wählen geht. Aber ich denke, sie bringen Veränderungen mit sich. Ich bin nicht sicher... Ich bin nicht wirklich politisch interessiert. Sage nichts. Boah, was soll ich denn bitte sagen? Ich bin selbst... Ha! Wenn ich nach mir gehen würde, würde ich, glaub ich, einfach wählen sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, das jetzt zu sagen oder einfach nichts zu sagen. Ähm. Ich bin eigentlich jemand, der wählen geht, sagen wir einfach mal. Aber wir hauen der gerade ab. Ja. Du aber auch auf dich, ne? Ach, Mann, ey. Was ist hier denn? Nicht so laut. Ich find gar nichts. Irgendwas, man. Irgendwas. Egal was. Weil laufen wird keine gute Idee sein. Einfach so. Und erholen. Ich weiß nicht mal, was ich genau gerade suche. Zeichnung einer Antenne. Das ist perfekt. Vielleicht schaffe ich es auch rein. Durchsuchen wir mal das noch. Ich bin gerade so still, weil ich so nervös bin. Ich will nicht, dass er uns findet oder so. Erholen habe ich mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob wir es da reinschaffen, ohne dass er es mitbekommt. Wir werden... Sind da Kameras drin? Da ist ja bestimmt wieder was zu essen. Oder wir nehmen einfach das Auto und verschwinden. Wie wäre es, wenn wir uns zuerst erholen? Das ist, falls irgendwas passiert und wir rennen müssen, wir wenigstens eins besser haben. Also erholen wir uns. Bitte finde uns nicht. bitte finde uns nicht 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 bitte 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 Der hängt da immer noch rum. Also, wir haben zwar noch zwei. Aber wir könnten... Na, der sieht das. Vielleicht gibt es da ja auch was zu essen. Also, ich glaube, das ist echt die Runde, wo wir nur Autos stehen. Wir haben sehr viel Geld. Wenn wir das nächste Mal irgendwo ankommen, wo wir was zu essen kochen können, kaufen wir uns viel zu essen. Weil alles andere machen... Jetzt wenig Sinn. Uiuiui. Und das war schon die vierte Folge, ne? Ja, stimmt. Uiuiui. Das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Toodaloo!